Die Hahn-Gruppe ist eines der größten Automobilhandelsunternehmen für die Marken Volkswagen, Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Skoda, Seat und Cupra. Mit fünf Porsche-Zentren und insgesamt 35 Betrieben haben wir uns in den vergangenen über 100 Jahren eine führende Marktposition in der Metropolregion Stuttgart erarbeitet. Über 1700 Mitarbeiter, davon rund 220 Auszubildende, sind bei der Hahn-Gruppe beschäftigt. Mein Name ist Steffen Hahn, ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Hahn-Gruppe und leite unser Familienunternehmen in vierter Generation. Mein Urgroßvater Ernst Hahn hat die Firma vor mehr als 100 Jahren als kleine Autoreparaturwerkstatt gegründet, zu einer Zeit, als kaum jemand an den Erfolg des Automobils glaubte. Man zog Pferdevorwerke den damals verspotteten, stinkenden Benzinkutschen vor. Tja, Geschichte wiederholt sich. Unternehmerischer Mut war damals wie heute der Schlüssel zum Erfolg. Im Fokus stand immer der technische Fortschritt, aber auch der Dienstleistungsgedanke für unsere Kunden. Wir sind nur dann wirklich gut, wenn wir einen Schritt voraus sind. Wir müssen heute schon antizipieren, was unsere Kunden morgen wünschen. Dann können wir überzeugen, dann schaffen wir Mehrwerte und dann werden wir auch in Zukunft als systemrelevanter Partner unser Geschäftsfeld besetzen. Der Automobilhandel befindet sich dabei seit jeher im Spannungsfeld zwischen Herstellern und Kunden. Ich sage das mit einem ausgesprochen positiven Unterton. Denn eine wesentliche Kompetenz des Automobilhandels ist es, sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, zu beraten und als persönlicher, verlässlicher Partner jederzeit ansprechbar zu sein. Diese Kompetenz wird auch in Zukunft stark gefragt sein. Und dennoch befinden wir uns im vermutlich größten Transformationsprozess der Automobilgeschichte. Warum? Weil die Digitalisierung und alternative Antriebe unser Geschäft auf eine neue Basis stellen, die zugleich aber große Chancen bietet. Vor einigen Jahren haben wir bei der Hahn-Gruppe die Strategie, 2028 ausgearbeitet. Die Digitalisierung ist in nahezu allen Projekten das Kernelement. Dabei geht es immer darum, einen Mehrwert zu schaffen. Digitalisierte Prozesse sollen nachhaltig, kosten- und zeitsparend sowie komfortabel sein. Zwei konkrete Projekte möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Unseren virtuellen Showroom, Hahn Camping World, für den wir den Digital Automotive Award bekommen haben und die Informationsplattform Hahn Next, für die wir mit dem Nachhaltigkeits-Award ausgezeichnet wurden. Nach der Corona-bedingten Absage der Touristikmesse CMT in Stuttgart wurde aus dem geplanten Hybridkonzept, aus Präsenzmesse und virtuellem Auftritt ein vollständig digitales Showroom-Konzept. Kunden und Interessenten betreten diese virtuelle Fahrzeugwelt und können sich über Modelle, Ausstattungsdetails und vieles mehr informieren. Zum einen mit 360-Grad-Ansichten der Fahrzeuge, zum anderen mit individuellen Chatmöglichkeiten und einer Videoberatung. So können Interessenten über die VR-Brille, die der Verkaufsberater trägt, das Fahrzeug live erleben. Gerade für beratungsintensive Fahrzeuge wie Campingmobile ist das eine hervorragende Ergänzung zum klassischen Vertrieb. Die Pandemie hat vielen digitalen Möglichkeiten Rückenwind gegeben. Das haben wir auch mit unserer Hahn Camping World gespürt. Ebenso erfolgreich ist unsere Mietplattform Hahn Camperand angelaufen. Aktuell haben wir zehn Campingmodelle des Modells Grand California im Mietbestand, die vollständig digital über die Plattform gemietet werden können. Mit wenigen Klicks können Sie das Fahrzeug online buchen und auch bezahlen. Entscheidend ist, dass der digitale Prozess übersichtlich und einfach gestaltet ist. Die virtuelle Welt vervielfacht unsere Möglichkeiten, sie bringt uns neue Interessenten und vergrößert unseren Einzugsbereich. Eine wichtige Ergänzung zum klassischen Vertrieb mit ganz neuen Impulsen. Der zweite große Transformationsprozess der Automobilbranche betrifft die Antriebstechnologie der Fahrzeuge. Hier setzen wir mit unserer Informationsplattform Hahn Next an. Mobilität, auch individuelle Mobilität, ist ein wesentliches Element unserer Gesellschaft. Die Automobilindustrie bringt an Rekordgeschwindigkeit nachhaltige Konzepte und alternativ angetriebene Fahrzeugmodelle hervor. Aber Nachhaltigkeit beginnt in den Köpfen der Menschen. Um Vorbehalte gegen moderne Antriebsformen abzubauen, um aufzuklären und um Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, hat die Hahn-Gruppe Hahn Next etabliert. Das Konzept Hahn Next nimmt die Menschen mit in die neue Welt nachhaltiger Mobilität. Der Ansatz von Hahn Next ist dabei zweigleisig, zum einen unternehmensintern, um das Know-how der Mitarbeiter, die als Multiplikatoren dienen, immer top aktuell zu halten, zum anderen extern für unsere Kunden und Interessenten, um die Menschen zu informieren und ihnen die Berührungsängste zu nehmen. Hahn Next ist also ein Wegbereiter für nachhaltige Mobilität. An den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet, online und offline perfekt zu kombinieren, einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen und Kunden von alternativen Antrieben zu überzeugen, das sind die Aufgaben und die Erfolgsgaranten für die Zukunft. Alle Projekte, der virtuelle Showroom Hahn Camping World, Hahn Camperand und Hahn Next werden stetig weiterentwickelt. Wir lernen aus den Bedürfnissen unserer Kunden und aus dem technischen Fortschritt. Wir unterstützen und gestalten den Transformationsprozess, den Weg in eine nachhaltige Zukunft, den Weg zu moderner Mobilität. Wie schon vor 100 Jahren ist die Hahn Gruppe dabei immer ein verlässlicher Partner für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und für unsere Hersteller.